Heute, Freunde, werden wir mal unsere eigene Klonarmee erstellen? Dafür müssen wir uns für die richtige Seite entscheiden. Und dann bekommen wir jedes Mal mehr Klonen. Oder wir verlieren welche. Am Ende greift wieder den Wok an gemeinsam, um so noch stärker zu werden. Also lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr wie dieses hier zu verpassen, Freunde. Denn wir werden es trotzdem wagen, uns gemeinsam zusammen die beste Klonarmee zu erstellen, die es nur gibt. Dafür, wie gesagt, müssen wir uns weise und schlau entscheiden. Und ja, upgraden können wir uns nach und nach auch. Und attacke meine kleine Vitamin-Army. Wenn du auch in der Vitamin-Army sein möchtest, dann lass jetzt gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos diesen Kanal. Dann bist du in der Vitamin-Army. Hallo, Rookie. Und schaut gerne noch in meinen Discord vorbei. Dort kann ich gerne mal dann auch zusammen mit euch chatten und reden. Aber ich würde sagen, Freunde, es geht weiter. Wir nehmen immer das, was am meisten Plus gibt. Oder am wenigsten Minus. Ja, wir können übrigens auch nicht stoppen. Wir müssen die ganze Zeit durchrennen. Also viel Überlebenszeit oder Überlegungszeit haben wir natürlich nicht. Oh, das ist Plus 6. Na, okay, natürlich. Minus 2, Minus 2 ist logisch. Dann nehmen wir Minus 2. Und hier müssen wir Minus 2 nehmen. 40 Minions, die uns angreifen oder versuchen, die Burg zu stürmen. Und danach bekommen wir ein paar Coins, die wir dann zum Beispiel für Upgrades benutzen können. Stufe Nummer 4. Volke. Übrigens habe ich auch einen Super-Klon. Den spawn ich mal. Und alter, der sieht natürlich krass aus. Und ich würde sagen, wir probieren mal, die maximale Anzahl zu bekommen, die man nur haben kann. Und übrigens, jetzt kommen schon Multiplikatoren dazu. Okay, ich würde sagen, bam. Alter, guck dich mal meine kleine Supermeer an. Let's go. Die sind schon übelst viele, wie die da einfach hinter mir sind. Minus 5. Oh nein, Minus 19. Das tut so weh. Wir haben so Minus gemacht. Aber egal. Bam. Wir haben übelst viel. Und attacke. Meine Supermeer. Oha, selbst der Super-Klon ist halt mega stark. Oder? Was sagt ihr? Ich würde sagen, wir upgraden mal ein bisschen. Mal gucken. Klonschaden oder Klongesundheit. Ich würde sagen, Klonschaden, wenn wir upgraden. Und okay, der bleibt sogar noch eine Weile. Hier haben wir einen Shop. Und hier haben wir halt die Upgrades. Okay, mehr haben wir auch nicht. 25 Wins. Aber wir haben 5 Wins. Wir haben hier so ein... Oha, grüne... Wir haben hier so ein grünes Trail. Wir können sogar das blaue nehmen. Das rote. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach das grüne. Und jede 10 Minuten kriegen wir so einen Super-Klon. Auch gut zu wissen. Und ja, wir brauchen jetzt erstmal... Klo... Klöne? Wir brauchen einen Klon, Mann. Kein Clown. Wir brauchen einen Klon. Und alter, guck dich mal an, wie viel die schon wieder sind. 82 haben wir. Okay, jetzt kommen... Die werden natürlich auch immer länger. Das bedeutet, wir müssen uns leider für die Minus 17 entscheiden. Und aber, ja. Es kommt nochmal ordentlich was an. Plus dazu. Bap. Mit Snyder haben wir noch. Attacke. Yo. Oh mein Gott, Alter. Die haben gar keine Chance, die Dinger. Ich teste jetzt mal was, Freunde. Was ist eigentlich, wenn wir immer nur das Schlechteste nehmen? Können wir einfach auch Minus haben? Ne. Okay. Minus geht nicht. Ich dachte schon, Minus wäre irgendwie lustig gewesen. 13. Okay. Ähm. Mal. Ja, okay. Okay. Wir haben jetzt übelst wenig. Aber egal. Ich probiere es auf jeden Fall mal bis zum Ende. Ähm. Kann man auch ein Level nicht schaffen? Ich weiß gar nicht, weil eigentlich hat man ja unendlich viel Zeit. Oh nein. Wir haben einfach null Klonen. Was? Okay. Wir haben jetzt einfach elf Klonen am Ende. Oh mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen werden oder ob es einfach nur halt mega lange dauern wird. Ah. Ich verstehe, Freunde. Die greifen nur ein paar Mal an. Und oh nein. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft. Wir werden damit wahrscheinlich umgeschnetzelt. Oder? Nee. Oder kann ich so lange angreifen, wie ich will? Hä? Okay, Freunde. Anscheinend kann ich selber angreifen, solange wie ich will. Oder wahrscheinlich, weil der eine hier auf K ist. Der denkt sich so, hä? Alter, ich will nicht mit abgreifen. Ich bin müde. Ich will schlafen gehen. Egal. Level geschafft. Juhu. So. Wieder in einer nächsten Runde. Ich kann mir hier sogar doppelten Schaden kaufen. Ich würde sagen, komm, das machen wir einfach auch mal. Wir kaufen uns mal zwei Damage von den klönen Klonen. Wie auch immer ihr sie nennen mögt. Ist mir auch egal. Hauptsache sind keine Clowns. Denn wir sind doch keine Clownarmee, oder, Freunde? So. Minus 15 mussten wir leider mitnehmen. Und oha, mal zwei. Boom. Let's go. Yo. Damit hat diese Burg gar keine Chance. Bam. Alter. Wie sie da rein stürmen wollen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber die wollten alle mit Einwander rein. Die hätten absolut gar keine Chance. Kann ich eigentlich auch durch zwei Portale? Nee. Okay. Das geht nicht. Wir können uns immer nur für eins entscheiden. Naja. Okay. Minus 15 müssen wir leider nehmen. Und oha. Alter, Freunde. Die Stages werden übelst lang. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommt. Aber das wird schon sehr, sehr lang mittlerweile. Nur 66 Münzen haben wir. Und... Yo. Bam. Das Haus ist ja mal übel schnell kaputt. Hm. Upgrade. Klongeschwindigkeit. Klon starten. Ich weiß gar nicht, Freunde. Ob wir das machen sollten. Aber, naja. Das Coolste ist doch eigentlich, mehr Klone zu bekommen. Oha. Yo. Wir haben jetzt schon am Start 72. Naja. Gut. Jetzt mussten wir wieder ein paar abgeben. Aber das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Wir sind jetzt bei, naja, fast 70. Fast 80, oder? Ja, wir sind schon ein bisschen über 80. Ja, wir brauchen nochmal einen Multiplikator wie hier. Boom. Ey, ich schaffe immer 200 oder so. Oder 150. Das wäre übelst cool. So, da kommen nochmal 8 dazu. Und nochmal 8. So. Und los, meine Vitamin Abi. Greift an. Boah. Was? Hä? Wie cool, Leute. Ich meine, wir bekommen jetzt auch immer noch ein bisschen mehr Münzen. Ich wollte mir eigentlich doch Münzen kaufen, aber ich kann es leider nicht machen. Und wir haben nun 10 Wins und können uns einfach Herzen kaufen. Yeah. Eine Herzanimation. Boom. Level 15. Die Unterwasserwelt. Haha. Die Unterwasserwelt. Wie sich das anhört. Und ja, hier gibt es schon ordentlich viele Coins. Die sammeln wir natürlich alle fleißig ein. Hm. Plus 12 nehme ich mal. Ich entscheide mich manchmal vielleicht auch für das Schlechtere. Ich weiß es gar nicht. Weil man muss halt übel schnell entscheiden. Ja, okay. Hier ist es logisch. Immer mal 1,2. Und oh ja, wir haben 155. Okay, 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 Leute. Naja, wir verlieren leider nochmal ein bisschen was. Und alte, guckt euch das mal an, wie weit es nach hinten schon geht. Ich meine, wow. Habt ihr schon mal so einen langen Run gesehen? So, minus 4. Ja, wir nehmen minus 18, weil das ist das Schwächere. Plus und plus 10. Und damit attackieren wir und oha, 225 leben. Aber ja, das schafft die Vitamina mir halt noch echt relativ easy. Da brauchen wir auf jeden Fall uns keine Gedanken drauf machen. Da ich ja auch 15 Wins habe, kann ich mir einfach dieses Schorkentrail hier holen. Sieht halt mega nice aus. Und okay, plus 5, würde ich sagen. Wir müssen... Oha, jetzt fangen wir sogar mit Prozenten an. Okay, plus 28 Prozent. Ich weiß nicht. Ah, okay, das war, glaube ich, nicht so schlau, Freunde. Aber naja, gut. Was soll ich machen? Jetzt fängt das Rechnen erst recht an, Freunde. Oh nee, ich hasse Rechnen. So, bam. Und oh mein Gott, 130 schon. Plus 10 Prozent. Das müsste ja irgendwas mit 13 sein, ganz genau. So, minus 13. Ich würde immer die Minus nehmen. Ey, der rett immer falsch rum, ey. Warum rett der immer die falsche Richtung? So, das hier nehme ich. Oha, Alter, wie weit hinter geht das noch? Oh nein, wir verlieren jetzt nochmal ordentlich was. Und, bam, Minus. Ah, Leute, können wir es schaffen? Ich weiß nicht. Aber vorhin hatten wir auch keine Probleme. Nee, bam, Level auch wieder bestanden. Und leider kriege ich immer nur plus 1, ey. Das wäre irgendwie cool, wenn wir ein bisschen mehr kriegen würden. Alter, wir sind im Never, Freunde. Im Never gibt es ja auch Lava-Monster. Okay, hier nicht in Roblox, Leute. Aber wir sammeln schon wieder ordentlich Coins. Und, oh ja, Münzen liegen hier schon eindeutig mehr auf dem Boden als vorher. Und wir können uns auf jeden Fall gleich nochmal ein Upgrade kaufen, denn wir haben genügend Münzen. Aber als erstes müssen wir den fantastischen Run hier mal machen. So, plus 27 Prozent. Sollten, glaube ich, mehr sein. Ganz genau. Plus 31. Und boom. Yeah. Jetzt geht es wieder hoch. Oh nein, jetzt geht es wieder dreimal runter. Oha, wie weit hinter das geht. Naja, ich glaube, es geht pro Runde immer jeweils einmal mehr weiter hinter. Und, Alter, was sagt ihr da hinten, Vitamin Army? Okay, seid ihr zufrieden? Ich glaube schon. Das sind übelst viele, ne? So, plus 17 Prozent. Und jetzt attackieren wir die Burg. Let's go! Alter, aber kein Problem. Die stehen halt alle, ne? Keine Ahnung. Die sind einfach übelst gut. Die sind einfach viel zu gut. Wir haben hier auch wieder so einen super Klon. Ich würde sagen, jetzt spawnen wir mal. Upgrades werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, Klon starten. Ich würde sagen, Klon starten. Machen wir einfach. Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen mehr. Ich bin mir nicht sicher. So, und ich würde sagen, Klon Gesundheit machen wir auch nochmal hoch. So, was nehmen wir hier? Plus 9. Ja, plus 34 Prozent. Ist jetzt halt nicht die Welt, Freunde. Aber, naja, gut. Was soll ich machen? So, plus 14 ist das Bessere als 15 Prozent. Und, naja, ich glaube, jetzt ist 11 besser. War doch nicht das Bessere. Naja, man lernt aus den Fehlern, Freunde. Ich meine, ich muss so oder so aus den Fehlern lernen. Denn, ja, es geht immer weiter hinter. Und wir sind einfach gleich Level 20 schon. Das geht übelst schnell. Oh Mann, ich hätte mal so gerne richtig, richtig viele Pluspunkte hier am Start. So, minus 18, plus 18, also eigentlich 0. Hier verlieren wir nochmal ein bisschen was. Da kriegen wir nochmal plus 6. Und da hinten werden uns leider auch noch mal welche abgezogen. Aber, na gut, wenn es so sein soll, dann ist es halt so. Ich meine, wir haben eh unseren Superklon am Start. Und die anderen krassen Klone. Eisiger Freund. Let's go. So, eisiger Freund. Also, die Map heißt einfach nur eisig. Und ich würde sagen, minus 16 Prozent, weil dann ziehst du mir nicht so viel ab. Ja, ich meine, wir müssen halt ein bisschen rechnen. Da, plus 13 ist noch besser. Jetzt, jetzt kommen die Prozente. Oh Mann, ey. Warum sind die, warum sind so wenig Multiplikatoren gerade am Start? Das wäre eigentlich viel cooler. So, plus 29. Und ich habe jetzt schon wieder 60 Münzen. Boom. Jetzt kommen wir nochmal an ordentlichen Schwung nach vorne. Ähm. Ja, Alter. Junge. Ey. Ich weiß nicht, was die hier gebaut haben. Auf jeden Fall ist es eine gefühlt eine Endlosstrecke. Oha. Die ganze Vitamin-Abi hinter mir. Was geht? Und wir sind am Ende und greifen mit knapp 200 Klonen an. Bam. Ey. Selbst die Eiswelt hat nie eine Chance gegen uns untergegangen. Ey, Freunde. Spielt das auf jeden Fall mal gerne selber und schreibt danach in die Kommentare, wo und wie weit ihr gekommen seid. Hier können wir uns jetzt übrigens ein Lightning, so ein Blitz-Mode holen. Der sieht cool aus. Der ist die ganze Zeit hinter uns, ne? Ey, mega nice. So, upgraden. Können wir nochmal was? Upgraden. Ich würde sagen, ja, Klon-Geschwindigkeit. Ich würde sagen, ja, das machen wir einfach mal. Super-Klonen haben wir. Skip-Level brauchen wir nicht, weil das ist was für Loser. Okay, ich weiß, ich bin Loser, aber ist auch egal. Aber zusammen sind wir stark, Freunde, und werden das hier easy rocken. Alter, ey, boah, das geht immer weiter hinter. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, ob das wirklich schon so weit ist oder, ach, keine Ahnung. So, mal 1,4. Oh mein Gott, Alter, wir machen hier locker einen neuen Run, ne? Wir haben gleich 200 oder fast 300. Plus 18 Prozent. So, bam. Ja, jetzt gibt es mal wieder ein bisschen Minus. Und, oh nein, hier ist nur noch Rot am Start. Oh Mann, ey, wir brauchen noch was Gutes. Ey, komm, 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 komm. Minus 17, plus 17. Oh nein, da hinten ist nochmal plus 15. Naja, gut. Was sollen wir machen? Werden wir halt nur Minus bekommen. Dafür können wir natürlich auch nicht. Und, ja, die Burgen haben jetzt so knapp 300 Leben etwa. Aber wir haben halt den mal zwei Booster, ne? Den dürfen wir nicht vergessen. So, 37. Ich entscheide mich für 30. So, plus 22. Minus, ja, okay, wir haben halt eh keine Klone, ne? Wir haben nur so wenig Klone. Ich würde sagen, plus 5 erstmal, plus 17. Jetzt kommen hier mal ein paar. So, nochmal plus 17. Ja, jetzt bräuchten wir so ein Multiplikat oder so. Oh nein, minus 40 oder 19. Ich weiß nicht. Ich glaube, minus 40 ist besser. Ja, war die bessere Entscheidung. Plus 5, plus 15. Ah, okay, Freunde, ich glaube, plus 13. Okay, das war doof. Okay, das war noch dümmer. Okay, das war mega doof. Mist, Freunde, jetzt habe ich echt mega miese gemacht. Also, ich habe eine mega blöde Entscheidung getroffen. Was ist eigentlich, wenn ich durch die Mitte laufe? Oh, okay. Dann, äh, verliere ich auch. Oh Mann, Freunde, ich habe so dämliche Entscheidungen getroffen. Dass ich nur 50 Klone habe. Ich weiß nicht, ob ich die schaffe, aber... Ja, Alter, was? Hä, mit 50 Klonen? Habe ich das einfach easy gepackt? Okay, ich bin ehrlich. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich auch mit 50 Klone schaffe. Äh, bei 25 Wins kriegen wir den Skull. Also den, ähm, Kopftrail. Alter, der Beste hat einfach 94 Siege, Freunde. Der ist mega gut. Und, oh, es geht noch weiter hinter so. Plus 20 am Start. Plus 29. Yo, jetzt wird das unsere beste Runde, Alter. Leute, jetzt machen wir am meisten Punkte. So viele Punkte, wie wir noch nie gemacht haben werden. Ihr werdet es jetzt sehen, Freunde. Yo, guckt euch das mal an. Wir haben hier schon wieder eine neue Farbe. Grün sogar. Ah, aber wir kriegen zu wenig. Plus gerade. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, Minus. Kriegen wir doch nochmal mal oder so. Oder da hinten. Plus. Ah, plus 14 leider nur. Oh Mann, ey. Es wird leider nicht bei grün bleiben. Ich dachte, wir machen jetzt echt mal den neuesten und coolsten, krassesten Run, den wir hätten machen können. Stattdessen, ja, wird es so einer wie all die anderen. Hm, upgraden werde ich auf jeden Fall die Klonschaden und die Klongesundheit. Und damit geht es jetzt nochmal in die nächste Runde. Ich glaube, dieses Spiel gibt es auch als Handy, oder? Schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. So, plus 14 Prozent, selbstverständlich. Und ja, wir haben grün geschafft. Okay, okay, aber man, grün wird uns schon wieder weggenommen. Ey, Leute, das kann doch nicht sein. Ich will, ah, gegen so ein Talmartiner-Hauskauf, äh, Cap, wir. Mann, ey, ich wollte auf jeden Fall mal richtig viele haben. Ich will so mal 300 Klonen oder so besitzen, Leute. Ach, Mann, ey. 300 Klonen müssen wir doch einfach mal einmal schaffen können. Komm, komm, komm. Ich nehme doch schon eigentlich immer das Beste. Zumindest meiner Meinung nach. So, mal 1,2 ist halt leider zu wenig. Ja, hier, bam. Okay, bam vielleicht. Okay, das war richtig. Äh, plus 40. Ich glaube, bam, ganz genau. Äh, bam, ganz genau. Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, Freunde. Zumindest sieht es gerade danach aus. Oder ich fühle mich danach, wie auch immer. Aber es kommt halt am Ende immer mega viel Rot, ne. Dafür kann ich leider auch nichts, Leute. Und grün wird uns schon wieder abgezogen. Wir kommen aber nochmal in die grüne Seite. Und, ah, Leute, ich glaube, wir behalten diesmal grün. Alter, der grüne Balken ist am Start. Und damit greifen wir diese Sandburg an. Ich weiß gar nicht, welches Level das war. Aber, ja, die Sandburg ist damit offiziell erledigt. Wow, die ganzen Mützen wieder einsammeln. Nicht vergessen, nicht vergessen. Die sind wichtig. Und, ja, sind im Piraten-Chef. Und, ähm, ja, Level 25. Und damit haben wir hier die Totenköpfe als Animation. Let's go. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall noch zwei Runs machen. Und, Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt nur auf einer Seite bleiben. Das bedeutet, wir machen eine kleine Challenge. Ich darf nur auf der rechten Seite laufen. Also ist es sogar egal, was passieren wird oder was hier kommt. Ob Minus oder Plus. Ja, jetzt sieht es gerade noch gut aus. Aber es kann sich natürlich ganz, ganz schnell ändern. Obwohl, Leute, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Naja, Plus. Okay, wir sind bei 50. Okay, Plus 12. Das ist ganz gut. Oh, nein. Jetzt kommt Minus. Nein, dreimal Minus. Ah, das tut ein bisschen weh. Minus 26. Aber das kommt nochmal zweimal Plus. Bam. Und, bam. Und, oh, nein. Nochmal Minus. Naja, mit 35 Minions greifen wir an. Können wir das überhaupt schaffen? Ich weiß es gar nicht. Aber. Yo. Locker. Easy. Okay, Freunde. Ich würde sagen, letzter Run für heute. Und wir dürfen jetzt nur auf der linken Seite rennen. Und ich bin mal gespannt. Ah, ist es gut oder eher schlecht? Das werden wir aber auf jeden Fall später herausfinden. Ja, mal gucken. Noch sieht es gut aus. Oh, nee. Wow. Alter, ich habe einen. Einen Klon. Okay, ich habe zwar jetzt 17. Aber das ist jetzt noch nicht viel besser, Leute. Denn hier wird mir einiges nochmal abgezogen. Okay, jetzt kommen wir in eine grüne Welle. Aber die Plusprozent bringen uns halt nichts, weil wir keine Klone besitzen. Oh, oh. Leute, jetzt gibt es nur Minus. Oh, nein. Minus. 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 Äh, Freunde. Ich glaube, wir gehen heute hier mit einem nach Hause. Oh, wir haben null. Wow. Äh, alle Klone wiederbeleben. Schließen. Wir haben verloren. Das war schlecht. Aber, Freunde, damit haben wir wirklich heute viel, viel geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coole Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, ich koste es auch bei Ihnen, um keine neuen Klonen-Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem neuen Klonen-Videos. Bis dahin. Tschüss.